Das heißt, wir machen uns austauschbar. Wichtig sind nicht wir, sondern die Funktionen, die wir erfüllen in den Organisationen. Wenn jemand nicht mehr funktioniert, weg mit ihm oder ihr und die nächste Person kommt. Ich glaube, wir gehen da genauso vor wie in der Wissenschaft und deswegen ist mir der Dialog so wichtig. Also ich habe mir vorgenommen, ein paar Worte über dieses Thema zu verlieren, weil viele Menschen fragen immer wieder, was ist der Nutzen von Philosophie? Und für mich war das nie eine Frage, weil der Nutzen von Philosophie für mich immer unmittelbar einsehbar war. Philosophie ist einfach der Ort, wo meine Fragen und Argumente zur Sprache kommen können. Und wenn sie das kommen können und ich noch dazu jemanden finde, mit dem ich das tun kann, ja dann bin ich ja schon glücklich, so glücklich, also glücklicher geht es gar nicht mehr, nicht? Weil dann bin ich ganz Mensch, dann bin ich als Mensch eigentlich zur Existenz gekommen. Vielleicht bin ich in dem Zusammenhang ein Kommunikationsfreak, aber ich glaube, wir sind dabei eine stumme Welt zu schaffen. Eine Welt, in der es auf der einen Seite nur mehr den Lärm der Maschinen gibt und auf der anderen Seite das Geschnatter der Medien und keinen Ort mehr, wo menschliche Sorgen und Anliegen wirklich zur Sprache kommen können. Und deswegen bitte brauche ich keinen Nutzen von Philosophie. Ja, das ist... Ich glaube, es geht um, 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 es geht